So, hallo und willkommen zur heutigen Ausgabe des Modern Dog Blogs und wie wir auch angekündigt haben, ist heute der Tag, wo Aaron sein neues Zuhause findet. Aaron ist natürlich bei uns der Hauptgast und liegt, wie ihr alle sehen könnt, hier auf der Theke und bei mir im Studio ist der Holger. Der Holger Hoffmann ist der zukünftige Besitzer von Aaron und Andi, den habt ihr ja schon beim letzten Post oder beim letzten Videoblog schon gesehen. Andi, hallo. Und jetzt wollen wir euch natürlich ein bisschen was dazu sagen, was passiert ist nach dem Post von Aaron. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon viel erlebt, allerdings das noch nie. Wir haben auf diesem Post knapp 300.000 Leute gehabt, die diesen Post gesehen haben. Es sind mehrere hundert E-Mails an Bewerbungen rausgekommen. Die Sabine ist vollkommen überfordert am Schluss gewesen. Sie hat nicht mehr gewusst, was sie machen soll. Also es sind jeden Tag 30, 40, 50 E-Mails angekommen und die mussten alle bearbeitet werden und sondiert werden. Letztendlich haben wir ganz, ganz viele tolle Plätze gehabt. Dafür nochmal recht, recht herzlichen Dank an alle. Es war wirklich ein Wahnsinn. Ihr habt Kommentare geschrieben, ihr habt uns mit Fragen bombardiert. Also es war wirklich toll. Und aus diesen ganzen E-Mails haben wir uns dann für den Holger entschieden. Wir haben beim Holger zweimal eine Vorkontrolle gemacht. An dieser Stelle Rosi Murweis, recht herzlichen Dank für deine Hilfe. Sabine Mayer, auch hier nochmal erwähnt, ganz herzlichen Dank für all deine Arbeit, die du hier geleistet hast. Und ja, was können wir zum Holger sagen? Unser lieber Aaron geht nach Bingen, Rheinland-Pfalz. Hier ist die sogenannte Kampfhundeverordnung Gott sei Dank nicht, so wie in Bayern. Wie auch da schon mehrmals erwähnt, 1992 ist in Bayern eine Kampfhundeverordnung verabschiedet worden. Wir werden hier noch ausführlichst darauf eingehen und deswegen darf man den Aaron auch nicht halten. So, jetzt sind natürlich von eurer Seite verständlicherweise einige Sachen gekommen. Warum wird Aaron nach so kurzer Zeit wieder hergegeben? Kann er sich das nicht vorher überlegen? Was ist da los? Und wurde starke Kritik geäußert? Und deswegen gebe ich das gleich mal an Andi weiter. Andi, hier nochmal, vielleicht kannst du ein Statement an unsere Zuhörer mal geben. Warum ist das jetzt so, dass du den Aaron nach so kurzer Zeit wieder abgegeben hast? Und was ist da der genaue Hintergrund? Ja, Klaus, also bei uns war es folgendermaßen, wir wollten einen Hund, wir haben uns das gut überlegt. Und damals ist er nicht mein erster Hund, ich habe schon mehrere Hunde gehabt in meinem Leben. Bei Aaron ist es folgendermaßen gelaufen, wir haben das Inserat gelesen, der war als Mischling inseriert und es war auch ein Bild von ihm drin und ich sage mal, das war damals war es ein Knorr, also eine Handvoll Hund. Wir sind nachher zu diesem Privatzüchter gefahren und haben nachher dort den Aaron auch einen Augenschein genommen und er war eine Handvoller Hund, auf deutsch gesagt. Und dann habe ich gesagt, ob da alles in Ordnung ist, ob er geimpft ist, dann hat es geheißen, es passt alles, es ist alles fein. Wir haben uns alle irgendwo auf den Privatzüchter verlassen, dass er hier auch die Wahrheit sagt. Wir haben nachher einen Aaron gekauft, haben auch sehr viel Geld dafür ausgegeben, sind nachher heimgefahren, sind natürlich auch mit ihm sofort in die Tierklinik, dass wir ihn checken lassen, ob alles in Ordnung ist, haben ihn auch noch impfen lassen, chippen lassen, also das volle Programm, haben ihm seine ganze Ausstattung gekauft, das ist auch nicht billig. Und ja, und dann hat die Tierärztin bei der Tierklinik gesagt, also er schaut eher aus wie ein Pitbull, also er hat so den Anschein wie ein Pitbull und dass wir so einen Hund in Bayern gar nicht halten dürften. Dann habe ich gesagt, wir haben ein Mischling gekauft, sagt sie, nein, sie ist eine andere Ansicht. Und ja, zum Glück habe ich ja nachher irgendwo einmal zu dir nachher gekommen und du hast mir nachher dementsprechend auch deinen Statement dazu abgegeben. Also es war dann ja so, dass wir dann hier im Modern Dog Blog unter der Rubrik Wir helfen den Hund ja vorgestellt haben. Es hat hier mehrere Leute sich den Hund angeschaut und es wurde dann eigentlich schon zu fast 100 Prozent hier signalisiert, dass es hier sich um einen in Bayern sogenannten Kategorie 1 Hund handelt und deswegen wurde auch dem Andi nahegelegt, dass er diesen Hund hier nicht halten darf. Und das war auch letztendlich der ausschlaggebende Grund, dass er sich dafür entschieden hat, diesen Hund an einen wirklich guten Platz zu geben. Andi hätte es sich natürlich leicht machen können und dem Züchter den Hund wieder zurückzugeben. Auch da wurde von eurer Seite hier mehrere Posts abgegeben und wurde gesagt, warum hat er den nicht wieder zurückgegeben. Diese Möglichkeit hatte Andi natürlich. Aber Andi hat gesagt, er verzichtet auf das Geld. Auch das möchte ich hier nochmal sagen. Er hat also vom Holger Hoffmann also kein Geld gewollt, sondern für ihn war einfach wichtig, dass der Hund auf einen tollen Platz kommt. Das war für ihn das Entscheidende und das Geld war für ihn nicht entscheidend. Der Holger im Gegenzug hat natürlich jetzt eine kleine Schutzgebühr an den Tierschutzverein bezahlt. Holger auch hier nochmal recht herzlichen Dank dafür. Und jetzt wollen wir natürlich den Holger mal zu Wort kommen lassen und erzähl uns doch mal was zu dir. Wo kommt der Aron hin? Und sag uns einfach mal was. Also der Aron, der kommt nach Bingen in der Rheinland-Pfalz. Und ich habe auch einen Hund, die ist fünf Jahre alt, ein Mädchen. Und ja, bei mir wird das mit Sicherheit richtig gut haben. Also ich habe viel Platz, viel Auslauf. Er ist nicht alleine am Tag rüber. Ist immer jemand da, weil meine Mutter wohnt im Haus. Sie ist Röntnerin, aber noch rüstisch. Ja, super. Also zum Holger, wie schon gesagt, die Vorkontrolle ist über die Rosi Murweis gelaufen. Rosi, nochmal, wie schon gesagt, ganz herzlichen Dank für die Mühe. Zweimal ist die Vorkontrolle durchgeführt worden. Beim Holger ist es so, dass Holger in einem Haus wohnt mit großem Garten. Seine Mutter wohnt eben auch mit dabei. Und der Hund muss also nie alleine bleiben. Seine fünfjährige Bordeaux-Docke ist ein ganz routinierter Hund, der einfach die Ruhe auch ausstrahlt für den Aron. Und also ich glaube, es wird einfach ein Idealplatz werden. Aron wird ein ganz, ganz tolles Zuhause haben. Und wir werden natürlich auch vom Holger hier noch ein paar Bilder kriegen, die wir auch euch dann nochmal zur Verfügung stellen, damit ihr einfach hier nochmal seht, wie am Holger sein zu Hause ist. An dieser Stelle sagen wir nochmal recht herzlichen Dank. Auch wir werden natürlich den nächsten Hund bald auch wieder vorstellen und werden schauen, wo wir wieder helfen können. Und unter der Rubrik Modern Dog Block hilft werden wir natürlich versuchen, hier wieder einen kleinen Racker zu einem tollen Platz zu vermitteln. Recht herzlichen Dank an alle und wir sehen uns. Auf Wiederschauen.